Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Es geht um Daisy Global und hier und heute um die Trading-Ergebnisse. Heute ist der 12. Februar 2021 und wie ihr sehen könnt, die Kurve ist wieder weiter nach oben gestiegen. Wir sind heute bei 148,56 Dollar in meinem Konto und das sind knapp unter 20 Prozent, bei 19,81 Prozent. Was ich aber für euch eben auch viel interessanter noch finde, ist, wie sieht es denn aus, wenn jemand, die in der Stufe 1 sich beteiligt hat, sprich 50 Dollar im Trading hat und das schauen wir uns jetzt auch an. So, hier seht ihr unser Konto, was wir haben mit dem Trading-Betrag von 50 Dollar und da sind wir inzwischen bei einem Trading-Ertrag von 11,80 Dollar. Was hier in diesem Konto 23,6 Prozent sind. Dass es hier etwas mehr Prozent sind, liegt daran, dass dieses Konto nicht am ersten Tag gemacht wurde, sondern am zweiten oder dritten Tag von Daisy. Und dort galt ein anderer Wechselkurs zwischen Tron und ich weiß nicht, ob es jetzt an Bitcoin, Ethereum oder US-Dollar war, in das es getauscht wurde später zum Traden. Auf jeden Fall war da der Wechselkurs einfach besser als am ersten Tag, als die Gelder von unserem anderen Konto transferiert wurden. Es ist ja so, dass Daisy immer schichtweise quasi die Gelder zu Binance, Gemini und wo sie sonst noch Traden hinbringt. Sie sammeln also und machen dann eine größere Transaktion und dann gibt es eben immer einen bestimmten Kurs und der kann eben mit Verlust oder Gewinn sein. Und in diesem Konto hatten wir Gewinn, bei unserem anderen Konto war ein kleiner Verlust. Das ist aber normal, das sind immer so um die zwei, drei Prozent und das ist völlig normal. Das wird ja auch hier wirklich weitgehend komplett wieder aufgeholt. Ja, soviel dazu. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ob ich am Samstag, Sonntag Videos mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Es hängt davon ab, wenn sich etwas spektakulär tut, mache ich ein Video. Ansonsten wieder am Montag. Lasst es euch gut gehen. Wenn es euch gefällt, kontaktiert mich, sei es in Facebook, sei es in Telegram. Und dann kann ich euch jederzeit mehr zu Daisy erklären in einem Vier-Augen-Gespräch oder eben auch ihr schaut euch die Sachen an in unseren Gruppen und klärt dann mit mir nur noch die offenen Fragen, so wie ihr es haben möchtet. Also kommt in unser großes internationales Team und lasst uns zusammen wirklich was Tolles auf die Beine stellen. Bis dann. Tschüss.